Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Harold Halibut. Wir müssen in den stockenden Klamottern. Ja, ist okay. Stock nicht so, bitte. Stock nicht so. So, wir müssen jetzt zu ihr. Oh, da. Bitterchick, hi. Could you give my friend here a little something? Sure, the blooper will be okay. Here you go. Uh, Wii U? Hmm, no. Give him the blooper-doop. Thanks, Wii U. This one looks much better. Go on. Um, go on to do... Feed the crow up. Oh, man. Right there. Great. Come with. Come with. Okay. Was ist da gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwas am Wasser machen. Warum stockt es so? Was soll das? Das ist unglaublich. Oh, trust me. I will. So, we tie the crazy, like so, and... Then... Bubble fish. Wow. That's how you fish? Yep. Bubble fish. Oh, but... I mean, isn't it a bit weird that you... What is weird? Uh, never mind. Huh? So, Wii U, I have a question. And I have an answer. But you don't know what the... It's Tidemo. Not this time, it's not. I don't get the purpose of using a fish to make a rope to then catch another fish with. Aha. You can see why, right? Yes, but... Things just work like that here. It's not always how it looks. So, what is going on? Oh, no. Hmm. How to explain? Things work in cycles. Maybe having a fish isn't the same as getting a fish. When we turn something into something else, it's not just the old thing and the new thing. There is a thing that escapes. We call it the newmin. It is a something, that is nothing. But it's important to have. Right. So, something is also nothing. And nothing can be a something? Tidemo. Just like I said. Hmm. Okay. Äh. Ich verstehe es nicht. Aber ich muss es auch nicht verstehen. Wir können übrigens nicht rennen. Vielleicht ist da der Grund, warum es stockt. Ich habe keine Ahnung. Naja. Okay. Aber wir müssen ihr ja auch hinterherlaufen, ne? Ah. Was ist das? Ja, hier. Vor dir. Ja, du siehst. Was ist jetzt passiert? Well, es ist... Ähm... Das Resultat ist Lumberly Gloob. Lecker. Würde ich direkt essen. Sehr lecker. Let's enjoy. Oh, ich will. Well, but shouldn't we pay or something? Dadachem. No, we don't really pay here. The food is free? It's not free. Because it's all free. We help each other. And eventually it all evens out. Gute Übersetzung von it's not free. Quasi. Wow. That's such a simple system. Yeah. Didachek. Glad to see you enjoy. Always good to didachek with a new limb. Oh, I am not actually a fish. I'm human. By the way, he's saying he's a human. Fish? Human? Lumberly Gloob. Ha, I see. Thanks. I can't wait to try it. Bye. Okay, ich bin mal gespannt. This looks surprisingly delicious. Ich weiß ja nicht. Yes. It's very healthy because of the minerals in the pond. Kriegt er jetzt gerade einen Trip? Yes. Yum. It's good for you. Hello. Oh. Are you okay? Oh, sorry, Will. I zone doubt. But I'm super okay. There's just so much that is so new. It's a bit overwhelming. Malgaraha. Was that a yawn or a fishy word? Oh. I thought you were watching the... Well, it's like the way the light reflects from the ripples in the clear water on the cave walls and reminds you of a good time with a friend. A bit like now? Precisely. I see what you mean. It's beautiful. I see something similar in the herbarium sometimes. But I never really had anyone to share it with. This is what friends are for. It's so crazy here, Ryu. Amazing. It's so different. It's pretty cool that we can understand each other at least. Yes. I think so. But maybe you can't understand a lot of our things. Oh, and you understand everything human? Well, yes. Humans are so unpredictable and complicated. There is almost nothing to understand. You're like... The all-water tube system? I was going to say busy bubbles, but okay. And so, do you really don't have money here? No. Okay. That's the one thing I really don't get about humans. Well, it's just a trade thing. But you can trade really easily with it. But some people have more than others. Why is that? Some people are more important? Wird grad ziemlich deep, ne? Important. Um... Take Moreau. She's cleverer than anyone. We all need her science. Oh, but her science wouldn't mean anything without everyone else to use it. Also, she's going to be in a pretty deep direction here. In a pretty deep direction. Really. Oh. Hmm. Yes, eh, yeah, okay, okay. So, ich, äh... Notizbuch, Mittagspause am Teich. Ich gucke mir doch mal rein. Das Gemälde oben sieht ein bisschen strange aus, aber es ist... Ich weiß, was es darstellen soll. Es ist ja schön. Gut. Das war mit dem Tanz mit den beiden Kids da, ne? Oh, oh, oh. Ähm, so. Wir gehen mal weiter. Wir folgen ihr mal weiter. Wahrscheinlich jetzt entweder links hoch oder rechts hoch. Ne, wir gucken uns erstmal das komische Ding an. Sieht aus wie ein Bad. Aber... There aren't any books. Not... Books. Osmo's Bow. Will you... I'm gonna need a bit more of a translation. Okay, es ist nur, dass Osmose ist, dass ich das beste kann, und Osmose-Bow sind die Jellis. Du kannst einfach wissen, durch sie. Wow, also ist es ein Buch, du musst nicht lesen. Ich will auch so eine Osmose, einfach alles in sich rein saugen, das ist cool. Kann ich übrigens noch mal dazu betonen, dass dieses Spiel eigentlich wirklich nicht ein Spiel ist, sondern eher so ein interaktiver Film, so ein bisschen Telltale mäßig. Aha, einfach warten. Sie bauen etwas? Oh, vielleicht wird es eine Art von Spiel. Sehr schnell, du bist hier. Oh, okay, ich glaube, ich verstehe. Was ein tolles Geräusch. Es ist schön, nicht wahr? Ich nöte es drum. Die Song? Oder der Stil der Musik? Nein, nein, überhaupt nicht. Die Art von der Musik machen ist eher... ... im Moment. Also, sie machen nicht? Ist das ein Jam? Ich dachte, Jam war für deine Toast. Ja. Aber es ist auch das Wort, das wir benutzen, wenn die Musik... ...improvisiert wird. Wie... ... da und dann. Na ja. Na ja. Das, was die Leute anschauen, ist drum. Genau. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich bin mal gespannt, was jetzt noch so passiert in dem Spiel. In dem Spiel. Oh. Oh. Mhm. 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 Okay, okay, okay. Finde die Partikelquelle. Haben wir auch eine neue... Nein. Aber hier die Aufgabe. Finde die Partikelquelle. Moro hat mich daran erinnert, dass ich die Quelle der mysteriösen Partikel finden muss. Ich wusste ja schon, dass ich nicht im Urlaub war. Ja. Ich hab so'n Gefühl, dass die Menschen das hier zerstören wollen, um ihre eigenen... ihren eigenen Mist durchzusetzen. Und dass Moro da auch mit drin hängt leider. Und natürlich auch die All-Water-Managerin, Schrägstrich was auch immer sie darstellt. Ich weiß nicht. Managerin, Geschäftsführerin. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder Leiterin oder so. Weiß ich nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? Uh. Uh. Okay, das ist cool gemacht. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Das sieht echt geil aus. Ich liebe diese Grafik, ne? Ist mal was Neues. Ist mal was Neues. Okay, jetzt kann ich wieder nichts mehr drücken. Er geht von alleine. Ich glaube, er geht mir die ganze Zeit von alleine. Es ist halt weniger ein Spiel. Da wären wir. Da wären wir. Oh ja. Ja, ja. So cool. Wo kommen die hinher? Ja. 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 Ich bin jetzt auf. Oh ja. Ja. Das ist so. Ah, schwierig. Dann schubst du uns da rein. Wie geht's? Was? Don't ask me! Have you found the particles? Hi, Professor. Wii U says hi, by the way. And yes, we found them. They're coming from a giant hole in the ground. A hole? Can you get down there? Well, Wii U says a couple of Flumalim have been down before, but they never came back. It looks kinda deep. Okay, don't try and go down there, Harold. Is there anyone or thing there with more information on the hole? There is a kind of library, but... There is or there isn't. What's the problem? It's just that the books are jelly. So, go to the library. I don't care about the bottle of jelly and custard. Find some information on it, you can bring back. Okay, Professor. Wish me luck. Ah, die Moreau, der vertraue ich jetzt gerade nicht so ganz. Sag ich dir, wie es ist. Er, sag ich euch, wie es ist. Ich sag, was... Weiß ich nicht. Ah, besuche erneut die Bibliothek. Ich sollte in der Bibliothek nachsehen. Vielleicht gibt es dort Informationen über den Riss. Er scheint irgendwie magisch zu sein. Ich frage mich, warum Wii U so gezögert hat, ihn mir vorher zu zeigen. Ja, warum denn wohl? Wir sind Menschen. Wir werden jetzt zur Bibliothek gehen. Gucken, was das bringt. Und dann wird Moreau hier auftauchen mit Oil Water. Und versuchen hier alles zu klauen. Die Höhle kaputt machen. Und ja, das, was Menschen halt machen, ne? Menschen-Dinge. Sachen kaputt. Ah, guck mal, da geht noch jemand hin. Nicht reinfallen, ne? Sonst kommst du nie wieder. Und chillst da mit dem alten Flummelim und dem jungen Flummelim. Naja, aber das ist das, was Menschen halt gerne machen. Kaputt. Zerstören. Zerstören. Für eigene Interessen. Selbstsüchtigkeit. Äh. Ja. Naja. Das ist das, ne? Sieht man ja jetzt an unserem Planeten auch. Da kommt man immer mit so Hanebüchen in Sachen wie... Ja, das haben wir schon immer so gemacht, ja. War schon immer scheiße. Ich bewege übrigens schon wieder nix. Es ist wirklich ein Film, wo man so ab und zu mal was drücken muss. Ja. 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 . Ja. Ja. Mann. Okay, jetzt können wir die Sachen suchen. Ist das wild? Mal gucken, was dabei rauskommt. War das gerade eine menschliche Hand? Das war doch gerade eine menschliche Hand, oder? Ich habe mich doch nicht mit so gemachten Fingernägel, oder nicht? Ist das aber die... Okay. Wieso? Gibt es da menschliche Sachen drin? Das war wild. Aber es scheint nicht so zu den Kräten. War es von den Entwicklern, oder so? Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Warum gibt es da menschliche Sachen drin? Das passt jetzt gerade überhaupt nicht irgendwie. Und dass er auch darauf nicht eingeht. Ist ein bisschen komisch, ne? Schau mal, Finger. Hä? Ja, wir gucken weiter. Vielleicht das große rechte, der große rechte Kreis da. Könnte schon... Also der große Kreis auf der rechten Seite. Das könnte schon sein. Oh, Autos? Kraftwerk? Sagt der jetzt auch hoffentlich was dazu? Oder ist das wieder nur so, ja, oh, nichts über den Riss. Weil das ist ja schon, das sind menschliche Sachen. Das war... Das war... Wow. Aber ich glaube nicht, dass es das, was ich für mich suchen habe. Weil das... Das macht mich gerade noch ein bisschen, äh, wuschig hier. Warum? Sagt der dazu nichts? Guck mal, ein Orca und so. Ein Wildpferd. Ein Rennauto. Äh. Hä? Hä? Mit dem Rennauto oder was? Soll er was? Hä? Ich verstehe es nicht. Ist egal. Okay. Wee-U, do you want to try and explain? You should try. I'll practice. Ah, okay. Um, excuse me, librarian? Hm? Me? Could I possibly take a book? I mean, a jelly? He says he wants a jelly. You may, but you will have to treat it with utmost care. And find a suitable vessel to transport it in. Oh. Okay. Man möge meinen, diese Bibliothek hat Transportgefäße. He asks where to find such a vessel. You could begin by asking around town. In case... Oh wait, never mind. Looks like I've got one for you here. Oh, thanks. He says thanks. Well, I got that part. Bye. Bye. Yeah. Oh. Hello, Harold. Professor, I managed to find a jelly that... Harold, what did we discuss about you not being on holiday? No, no, Professor, the books here are jellies. You have to... Well, anyway, I found one. And I had to kind of sniff it. And I have info on the crack. Harold, I know you're excited. But please, can you stop talking such nonsense? I'm not. The librarian says I can bring the jelly back to the fedora. Just bring the thing back and we'll try to make sense of it. And you. Will do, Professor. Back shortly. It's getting late. Let's go to my place to relax. That sounds fun. But how do you know what time it is? Can't you feel the magnetics? The what? Feel how? Oh, well, the slight changes in the glow, combined with the slight heavyness we feel in our toes, because of the lateness. Okay, I mean, that's crazy cool, but I don't think it's going to happen to me. Es ist, äh, sehr viel Zwischensequenz gerade. Oh, Jane. Well, I feel it's tea time. Come on. Okay. Äh, wir haben wieder Sachen im Notizbuch eingemacht, äh, eingeschrieben, eingezeichnet. Äh, das ist der Kran, die Stadt, das Wildpferd und das Auto. Was soll denn da über den Riss sein? Ach, ich drücke schon wieder Escape. Äh, wie, äh, hä? Äh, das verstehe ich noch nicht so ganz. Sagen wir es mal so. Ich werde aus der Sache noch nicht schlau aus dem Spiel. Bin mal gespannt, was es uns noch so bringt. Ich meine, so lange kann es ja, oder geht es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Haben wir schon ein paar Stunden hier drinnen versenkt. Okay. Oh, hi there, Nautilo. Meet Pavel. Ahoy there, Nautilo. Nice flowers. He says hello, and he likes your flowers. Thanks, but they're not flowers. They're more, uh... They're more like sponges with a hard lower root. They need water, but if they're underwater, they're not sponge anymore. Um, they're very loyal. I think they're great. Enjoy. He's impressed. And he says he hopes you continue to gain pleasure or satisfaction from your continued interactions with them. He said all that. Yes. Sorry, this translation business is confusing. Thanks, Wii U. Anyway, come in, come in. Okay. Nice place. Mit ne, nette Bude. Nice place, nette Bude. Yep. I found it when exploring outside the cave. Like they'd probably say I shouldn't. Why would they say that? We're supposed to be happy with everything here. And I am. It's really swell. But... I think that it's all so swell to see other swell things outside of the cave. No one else ever leaves? I don't think so. Wouldn't it be sad if we'd never met? Of course. It'd be... I don't even want to think about it. Mind you, I don't want to think about how we met either. And what is this? That's Juna. It's... A skull? It's a friend. Must make for a one-sided conversation, but okay. You should say hi. Oi there, Juna. Is that a sneaker? A sneaker? Is that what it's called? I've been wandering for ages. It's what made me want to explore further. I wanted to know where it came from. Yeah. It's a sneaker. You wear it on your... Well, not your feet. Human feet. Oh. Do you want it back? I don't mean it's mine. Did you show it to anyone else? No. They wouldn't even have cared. For them, nothing exists beyond the cave. But where did they come from? Maybe long ago. From far away? Sometimes we need to get into the waters just outside, but never to go far. They just sit around. And stay happy. I mean, that doesn't sound so bad. Beste Leben, ey. I know. But once you know there's more, happy isn't the same, is it? Hmm. Hmm. I guess I haven't been happy for a while. But I guess I can be quite good at calm. Is calm nice? Toll, Harold. Toll. I think no calm is the reason I'm no good with the Jellies. Yeah. I don't think about it too much. You just have to think, what does it matter? What does what matter? No matter, no what. Ah. I see. Calm is not all the time, but when you sit and forget about yourself. Hmm. So, I forget I'm real, but what if I don't remember again? I can't say I've ever had that problem. Okay. Thanks, Harold. I think I can try calm much better now. This has been a pretty crazy day. Yes. Let's end it and regain consciousness in a new one. Yeah. Sleep sounds good. Night, weense. Muro, die gerade so richtig krass wartet, so. Und er so, yeah, schlafen wir erstmal noch drunter. Good night, Rio. Hier ist schon ein bisschen sehr viel Zwischensequenz gerade. So. Wie weit ist das jetzt? Okay. So, das ist nur ein Tag. wakki 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 das könnt ihr mir gut vorstellen